Hä? Wo bin ich hier? Warte mal, warum bin ich in einem Gefängnis? Dandy, Dandy, steh auf! Hallo, Dandy! Los! Steh mal auf! Wir sind in irgendein Gefängnis! Oh, was? Ein Gefängnis? Ja, hier läuft ganz alt ein Grinch lang. Guck mal, wir sind eingesperrt. Ah, lass uns raus! Lass uns raus! Ja, genau. Lass uns raus. Aber von wem ist das zweite Gefängnis? Ich weiß es nicht. Ist das etwa Grinch-Gefängnis versus Weihnachtsbangefängnis? Es kann sein, Buflö. Guck mal in deiner Zelle nach, ob du irgendwas findest. Ähm... Oh, ich hab ein Eisenschwert gefunden, Leute. Ich weiß gar nichts. Der Grinch darf das nicht sehen. Okay? So? Mal gucken, wenn er gleich... Sag mal, wenn er wiederkommt. Äh, jetzt dreht er sich wieder um und kommt wieder zurück. Hey, Grinch! Grinch! Äh, ähm, ich hab hier ein Problem mit meiner Zelle. Äh, könntest du mal kurz nachschauen? Es war Angriff! Ah, guck mal, ich hab ihn da gegriffen! Oh, er kommt rein, Dandy! Hilfe! Oh, du schaffst das, Buflö! Let's go! Ich schaff das, Buflö! Buflö! Komm schon, komm schon! Ich muss es schaffen! Wow, Alter, was hat denn da alles gedroppt? Alter Schwede! Das hat er echt alles fallen lassen. Wart mal. Irgendwo fehlt hier noch eine Spitzhacke. Hm. Kannst du mal gucken, ob du bei dir eine Spitzhacke findest, um die Zellen hier uns zu befreien? Äh, ja. Nee, hier ist nix, Buflö. Guck mal genauer nach. Genauer? Okay. Oh, das Spitzhacke brauchst du? Ja, eine Spitzhacke. Wir müssen ja irgendwie aus den Lasern hier rauskommen. Oh, ja. Hier unterm Bett war eine. Oh, perfekt. Dann befreie mich mal schnell, Dandy. Ja, warte, warte. Ich mach mit der Spitzhacke den Laser kaputt. Easy. Und jetzt? Oh, das Schwert. Und drei, zwei, eins. Zack, zack. Oh, perfekt. Dandy hat uns befreit. Hier ist deine Ausrüstung. Zack, zack, zack. Das Schwert hast du ja schon. Und hier goldene Äpfel. Easy. So. Oh, guck mal. Guck mal hier durch. Oh, überall Geschenke und böse Mini-Grins. Okay. Genau. Okay. Wir müssen das Schloss wie knacken. Und hier. Oh, hier sind ganz viele Center-Ex. Guck mal, böses Weihnachtsmänner. Ja, ich seh's. Ja, ja, ja. Aber wir müssen das Schloss aufkriegen. Ich hab keinen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Äh, in meiner Zelle hab ich tatsächlich Dietrich hier gefunden. Und zwar hier, während du da gekämpft hast, hab ich eine Kiste gefunden. Uh, zeig mal. Und hier sind Dietrich hier drin. Wie cool ist das denn? Und freut mich mega, dass ihr euch eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt probieren wir mal, die Tür aufzuschließen. So. Let's go. So, das ist der erste. All right. Nee. Dann hier zurück wahrscheinlich. Bo Flo. Das ist richtig schwer, dieses Schloss. Komm schon, du schaffst das. Und ich hab's geschafft, Leute. Ich bin der Beste. So. Und jetzt machen wir die Tür auf. Und? Okay. Ich glaube, wir müssen alle besiegen. Äh. Ja, glaub ich auch. Hä? Was macht Opa Jenkins hier? Opa Jenkins? Waaat? Warte mal. Was ist du denn hier? Wir müssen sieben Kohle finden. Dann gibt er uns einen Schlüssel. Guck mal rein. Ja, sieben Kohle. Und weißt du was? Ich glaube, die Weihnachtsmänner droppen die Kohle. Wie viele haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, ich glaube, du hast recht. Okidoki, Freunde. Angriff. Let's go. Angriff. Oh, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Mal gucken, ob die einen droppen. Und? Und bam. Ja, die droppen Kohle. Und zack. Und zack. So, ich sammle die Kohle ein, Leute. Wir brauchen sieben Stück. So, dann gibt uns Opa Jenkins einen Schlüssel. Yeah. Verschwindet die. Zwei gegen eins ist echt nicht fair. Komm hier raus. Und zack. Oh, noch eine Kohle. Hier noch zwei Stück. Und bang. Verschwinde. Aua, aua. Aua. Renn. Wir haben es so Kombomäßig gemacht. So, immer abwechselnd. Der eine, dann der nächste. Okay, Pufflo. Hier die Kohle. Dankeschön. Sieben Stück. Opa Jenkins, Jenkins. Opa Jenkins, Jenkins. Perfekt. Ich habe den Schlüssel gekauft. Naja, wir haben getauscht. Ich habe ihm die Kohle gegeben. Und ich habe ihn einfach. Ich frage mich echt, was Opa Jenkins mit der Kohle vorhat. Aber egal. Ich weiß das auch nicht. Vielleicht wollte er, vielleicht hat er sich ja vertan. Und er möchte halt eigentlich Geld haben. Und er denkt, Kohle ist. Kann auch sein. Oh nein. Der arme, Freunde. Lass mich raus. Genau. Können wir nicht einfach hier rausgehen? Oh nein. Irgendein Passwort eingeben funktioniert das? Der Code ist safe. 4, 4, 4, 4. Oh nein. Gib uns den Code für unser Weihnachtsmann. Genau. Gib uns den Code. Los, Angriff, Danny. Der muss noch den Code haben. Guck mal, wie böse der aussieht. Zack. Mega. Ja, schon. Gib uns den Code. Los. Und zack. Und zack. Zack. Bang. Und zack. Whoa, whoa, whoa. Alter, was ist das denn? Aber der hat keinen Code gedroppt. Nee, der hat echt keinen Code gedroppt. Aber hier, nimm die Hälfte. Wir müssen auch die andere Seite machen. Nimm du mal den Schlüssel so lange. Ja. So. Machen wir so. Zack. Und jetzt ist die nächste Reihe dran. So, hast du den Grinches. Let's go. Was ist die Mehrzahl von Grinch? Grinch. Ja, Grinch ist die Mehrzahl von Grinch. So. Oh, zack, zack. Grinchige Grinch. 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 Und ich hab's geknackt. Yeah. Was geht hier ab? Oh, da ist der Weihnachtsmann. Das ist der richtige Weihnachtsmann, Freunde. Ich glaube, wir müssen alle Geschenke finden. Alles klar. Okay. Ich muss, glaube ich, alle... Aber die Grinch verteidigen die Geschenke, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir müssen die Grinches ausschalten auch. Zack. Aber wir haben ja jetzt eine Piu-Piu. Geht das schneller? Ja. Blöder Grinch, du. Die lassen sogar Geschenke finden. Bang. Wir müssen alle Grinches ausschalten, sodass der Weihnachtsmann uns einen Schlüssel gibt. Let's go. So, hier, Weihnachtsmann. Hier hast du alle Geschenke. Hier, alle Geschenke, Weihnachtsmann. Kriegen wir jetzt den Schlüssel. Oh, perfekt. Der hat den Schlüssel fallen lassen, Dandy. Oh, viel Spaß für die Geschenke, Weihnachtsmann. Hoffentlich beschwerst du alle Kinder an Weihnachten. Stimmt. So. Yeah. Da hast du den Grinch. Der muss doch wahrscheinlich hier den Schlüssel haben, um hier rauszukommen, oder? Sicher doch. Aber bevor wir den Grinch angreifen, sollen alle mal ein Like und ein Abo dalassen. Let's go. Genau, Leute. Oh. Yeah. Okay, Dandy. Bist du bereit? Mit die Schwert. Ich bin sowas von bereit. Dann legen wir jetzt los. Ich esse jetzt einen goldenen Apfel. Ich auch. Und Angriff. Angriff, Grinch. Was ist der? Der kriegt ja fast gar keinen Schaden. Ja. Hält ja richtig viel aus. Oh mein Gott. Du hast gar keine Chance gegen... Gegen uns. Zack. Zack. Baka boom. Baka bing. Oh nein. Du bist ein Fake. Grinch. Zack. Du bist ein Fake. Gib uns den Code. Genau. Gib uns den Code. Oh mein Gott. Oh, der hat einen Zettel fallen lassen. Und? Ja genau. Nur einen Zettel. Wart mal. Ich hab doch irgendwas gesehen. Der hat doch noch was anderes fallen lassen. Nein. Der hat nur den Zettel fallen lassen. Okay. Was steht denn da drauf? So. Oh, es funktioniert. Diamanten? Er hat Diamanten fallen lassen. Sehr viele. So kriegst du die Hälfte. Sehr. Wie cool ist das denn? Ich hab die Hälfte Diamanten bekommen. Und so. Was ist der Code? 6, 6, 6, 5. 6, 6, 6. 5. Ja. Leute, wir sind frei. Raus hier. Raus. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Schreibt ein liebes Kommentar. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und schaut auch bei Danny vorbei. Tschüss. Tschüss.